Die Schwetternbarasch sind eine Gruppe innerhalb des Jainismus. Lebensführung Obwohl es auch unter den Schwetternbarasch-Mönche gibt, bilden sie doch eher die große Gruppe der Laien innerhalb der Jainer Gemeinde. Im Vergleich zu den Digambarasch vertreten sie eher gemäßigtere Standpunkte. Doch auch die Schwetternbarasch leben prinzipiell nach dem Gebot der Ahimsa, der Gewaltlosigkeit und dem Respekt gegenüber allen Lebewesen. Um nicht versehentlich ein Insekt zu töten tragen sie häufig einen weißen Mundschutz oder fegen den Boden bevor sie darauf treten. Im Zentrum des Heiligtums von Schravanabelagolaba-Maisori ist der Minus nach Digambara-Sitte Minus völlig unbekleidete Jaina Asket Bahubali-Gumet-Schwara. Da gestellt Minus das Idealbild vieler Jain aus. Auch der Schwetternbarasch, seine bewegungslose Meditation geht sogar so weit, dass sich an seinem Körper ranken emporwinden. Die Postulate von Gewalt und Bewegungslosigkeit haben dazu geführt, dass Jainers meist in sitzenden, aber exklusiven Berufen wie Händler, Juweliere u.a. tätig waren bzw. sind. Diese Tatsache Minus verbunden mit einer weitgehend asketischen Lebensführung Minus wiederum bedeutete, dass viele Schwetternbarer-Familien durchaus wohlhabend wurden und mit großen Geldmitteln aufwendig gestaltete Tempelbauten bzw. deren Restaurierung finanzieren konnten, die auch von Digambarasch besucht werden. Die Postulate von Gewalt und Bewegungslosigkeit Die Postulate von Gewalt und Bewegungslosigkeit Die Postulate von Gewalt und Bewegungslosigkeit